Anstoß für wichtige Spiele von Borussia Mönchengladbach, was die Stimmung, was die Finanzen waren. Der neue Inhaber des Klubs hat ihn ausgeschmissen, seither ist Ustrupic hier in der Verantwortung. Stark gemacht von Traore, Raphael kommt nicht dran, Schossfahrt, Tor, Tor für Gladbach, Andre Hahn zeigt sich, schon wieder treffsicher. Am Wochenende, das 1 zu 0, im Pokal erzielt beim FC Homburg, dafür haben sie ihn natürlich auch geholt. Nicht nur für die Vorlagen für den rechten Flügel, nein, er ist so extrem kalt vor dem Tor und er knallt den Ball unwiderstehlich ins Kurze Eck. Schauen Sie mal, der fackelt gar nicht lange, erstmal super vorgearbeitet von Raphael und Traore und dann kommt der Hahn und nagelt den einfach, ohne lange nachzudenken, hoch in den rechten Giebel. Aber das ist natürlich überragend vorbereitet von Traore und Raphael und Hahn ist dann eher für die rustikale Methode verantwortlich und haut das Ding rein. Sagen wir so, er ist da wirklich guter Angriff von Borussia Mönchengladbach in dieser 11. und sein höchste im ersten Weltkrieg aus. Und der Aktion sieht immer noch nicht so gut aus. Standardsituation, die Chance der Jahn. 19. und sein höchste, 19. Und er hat ja wohl nicht genug aus. Aber diese Standardsituation und den Fehler, äh, Jan Sommer, haben sie, Rigi, ich glaube, Wanski, Wajewski, Mocke, Mocke, Bojan, Pusigac, Mocke, Mocke, Wajewski, mit dem Freistamm. Ja, ist ein eindeutiger Torwart-Fehler, kann man nicht schönreden, schönreden, 1 zu 1. Das ist André Hahn, den man immer suchen kann. Querpass-Idee war völlig in Ordnung, richtig gespielt von ihm, ein bisschen unsauber, den hat er noch, den hat er noch, jawohl, rutscht wieder leicht aus, Ball ist gut, Ball ist gut, Treffer zählt, Tor! Und der nächste dicke Patzer eines Torwartes, mein lieber Mann, aber wie Hahn sich da durchsetzt, das war extrem wichtig, hat sich den Ball, oder hat ihn auf der Außenlinie noch weggekratzt und dann die Flanke weit und lang hereingehoben und Branimir Helgota macht genau das, was er auch in Homburg gemacht hat, was wir eben angesprochen haben, aber hier, die Vorarbeit, die ist extrem gelungen und wichtig von André Hahn, aber was macht der Keeper denn da, was macht den Dijan? Und dann Bandovic, aber auch da muss man als Stürmer erstmal hin, muss diesen Ball erahnen, riechen, alles gut, das Leder war innerhalb des Vierecks, nächster dicker Torwart-Patzer und es steht 1 zu 2 und im Moment deutet wirklich vieles darauf hin, dass Borussia mit den Gladbach binnen 5 Tagen... Auch da der Ball zu früh weg, kein Foul, alles gut, Gelegenheit ist da, Helgowski ist da, das Tor! Und es war Duljevic, aber die Gladbacher haben es wieder selber heraufbeschworen durch Ballverluste, wie den von Hahn in der Vorwärtsbewegung und dann ging es einfach schnell und war auch nicht mehr zu verteidigen. Duljevic macht den Treffer, der Mann, der erst vor ein paar Minuten den Platz betreten hat. Schauen wir hin, auch da tödlich dieser Ballverlust. Und sieht Johnson natürlich auch nicht so wahnsinnig gut aus, aber in der Mitte haben sie zum dritten und vierten Mal den Platz, um abzuziehen. Drei, vier Mal konnten die Gladbacher das Ding noch blocken, aber Duljevic findet jetzt die Lücke und da kann man ja in Sommer... Bei Gott keine Schuld in die Schuhe schieben, den kann er nicht halten. Völlig machtlos, der Schweizer Keeper, das haben die Männer vor ihm verbockt. Aus 16 Metern genau darf man natürlich Duljevic nicht abziehen lassen. Kontrollieren ist besser, kontrollieren auch vor allem das Mittelfeld wieder besser. Kein Vergleich mehr zur ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit. Möglichkeit, um abzuziehen, Tor für Borussia Mönchengladbach und wieder der Doppelpacker, Branimir Hirgota. Wie in Homburg, macht er schon wieder zwei Tore. Zwei Pflichtspiele, vier Tore vom 21-jährigen Schweden, der unweit von hier, von Sarajevo, geboren ist und das Licht der Welt erblickte. Branimir Hirgota, aber die Szene war auch wie gemalt. Zauberpass von Granit Xhaka, glaube ich, in die Schnittstelle. Und dann kommt der Ball zu Hirgota, liegt ruhig und dann nagelt er ihn genau oben an den Händenpfosten. Achtung, jetzt ist hier die Szene, der Ball kommt eher unfreiwillig zum 21-jährigen Stürmer von Fabian Johnson. Aber vorher der Querpass, der Diagonalpass, der war entscheidend. Und dann macht Hirgota dieses herrliche Tor, unhaltbar natürlich, oben in dem Wickel. 3-2 Borussia Mönchengladbach und das Ganze 17 Minuten. 3-2 Borussia Mönchengladbach und das Ganze 17 Minuten.